Herzlich Willkommen zu YouTube. Heute ist gestern. Heute ist gestern. Gestern ist heute. Kunran, Botstar Schwartz, Shigocraft, Gorobai, Tauta und ihr. Morgen ist heute, Leute. Morgen ist heute. Gramps hat gesagt, ne, der große Weise Botstar Schwartz hat gesagt, morgen ist heute. Morgen ist heute. Und morgen ist Montag. Wenn die Schule schon sagte, morgen ist heute. Oh, Shigo wollte mich töten mit dem Prop. Gramps war der Einzige, der sonntags in die Schule gegangen. In die Kirschenschule. Morgen ist Ogrens, komm mal her, guck mal. Ja, nein, ey, Nephi hat geschoppt, Leute. Ja. Wenn ich jetzt gemacht werde, dann ist morgen nicht mehr gestern. Dummerweise, also er hat sie eigentlich nur so eingebürgert. Eigentlich läuft man immer hier hin und hier geht's eigentlich, äh... Die Party? Ja, aber warum laufen wir immer hier hin? Wir sind eigentlich voll tropen. Weil die Party geht ja klar. Oh, ich wollte Nephi boxen und mein Arm war zu kurz. Das hier ist eigentlich die Stelle, wo sich meine alle sammeln, ey. Oh Gott. Es eskaliert, Leute. Es eskaliert, Leute. Es eskaliert, Leute. Es eskaliert. Ey, Goro! Gooooooo! Ey, Goro hat jetzt schon zweimal auf mich geschossen. Nein! Wieso? Tautau ist hier, ey. Tautau ist ein Traitorgang. Tautau! Ey, was ist los mit dir? Heilige! Ja, du hängst an der Heiligen. Oh, Alter. Krass gewesen. Ey, wer war das? Das war ernst. Goro hat auf mich geschossen. Au, ich hab 54. Lauf! Kuntra, die wollen mich mobben. Das ist Mobbing. Dann ist es Shigo. Es ist Granz. Ey, es sind Goro und Dalu, glaub ich. Ich häng fest. Goro, ich bin uns einig. Komm, ey. Ja, da sind sie Schrecken. Wo ist es? Tautau, wo ist Granz? Wo ist Granz? Hier, die Suppen sind zu. Ähm, ja, Granz ist... Granz ist tot, Goro, Alter! Wo ist Granz? Shigo ist es! Es ist Goro. Shigo ist tot. Die Türen sind zu, die Türen sind zu. Shigo, what's later? Ich hab Shigo gekillt. Ich hab Shigo gekillt. Halt die Kappe, bist du auch dran, ey. Ich knall dich auch noch ab. Ich knall... Shigo ist tot. Shigo ist tot. Dann ist, äh, Dalu ist tot. Dann kannst du Goro sein, weil... Dann muss es Dalu sein. Nee, Nephi ist es. Nee, Goro ist es. Es ist Nephi, Tautau! Tautau, hör auf, Mann! Es ist Nephi! Haha, geschieht dir recht, ey. Scheiße, ich dachte, ich glaub das. Und Dalu knallt mich ab, ey. Du hast es doch wirklich versucht da unten. Nein, ich wollte nur Eskalation provozieren. In Runde 311 hab ich gesagt, wenn du jetzt wirklich nochmal auf mich schießt und mich nicht triffst... Ich hab auf Goro geschossen, eigentlich. In Runde 311. Meine 311 oder deine? Weil da hab ich dir nämlich einmal geglaubt, dass du daneben... Da wolltest du mich hier unten bringen. Aber das schönste Mal war mit Vita, ey. Jetzt reicht's. Wo ich auf Vita die ganze Zeit ziele. Ich schieße so genau neben ihm. Hast du grad geschossen. Ich muss jetzt korrigieren, dass der Folge 311 wirklich gesagt hat. Aber hier, Grans. Grans, ich hab wirklich auf deinen Kopf geschossen, aber du bist nicht umgekippt. Das war richtig scheiße. Siehste, wusste ich, dass du das gemacht hast. Wär das passiert, wenn ich Goro erschossen habe. Das ist ja vorher passiert. Dafür kriegt Goro jetzt die Rache von mir. Die Rache der... Die Rache... Oh Gott, das ist ein Leck. Das war nicht mehr auf sich. Nein, das war der Leck. Weg ohne Witz. Hast du kein Leck, Nephi? Doch, ich hatte ein Leck, aber du hast Kogu gekippt. Ich weiß, aber das war der Leck. Ich geh in den Anfangsraum. Ich hau ab. Ich geh in den Anfangsraum. Auf einmal fetzt die Mikro bei den Sachen. Oh Gott, ey. Oh Gott. Tu's nicht. Tu's nicht. Da. Meine. Ja toll, und dann ist die Runde für mich over. Chiro kennt den Feuerlöscher, den man uprucken muss hier? Nein. Oh Gott. Chiro kennt gar nichts, glaub ich. Nimm den weg. Nimm den weg. Mach Goro da! Der shoppt doch dahinter, dem die Tankling. Ich hab Goro wieder belehnt. Achso, okay. Von Wotstar, von Wotstar. Wotstar is traitor. Wotstar is traitor. Nefi, das ist echt ge... Ey Nefi, nicht! Wotstar is traitor. Goro hat gerade was auf den Boden geschrieben. Ja, Goro zielt auf mich. Es muss Kunran sein. Es muss Kunran sein. Da ist Goro bei. Ich bin low, ich bin low, ich bin low. Goro, ich seh deine Waffe. Hahahaha. Habt ihr Goro gesehen irgendwo? Hast du Goro gesehen? Ne, ich hab seine Waffe da hinten so stehen. Oh, war ich doch so immer dran? Echt? Was hat denn jetzt Tau Tau umgebracht? Die Bombe. Die Bombe. Die Bombe hat sich hier gelegt. Oh, so schön. Der Lack kam genau rechtzeitig. Alter, das war der Lack. Da war wirklich ein Lack. Ne, da war wirklich ein Lack. Da war echt einer. Ja. Da konnte ich nix für Goro. Und deswegen schieße ich ihn direkt ab. Ja, aber Nefi hatte den Lack ja scheinbar auch. Ja, ich auch. Ja, Nefi ist ja auch der größte Barone. Hey. Hey. Hast du, wusstest du, dass ich jetzt bin Goro? Weil ich hatte ja die Bombe gelegt und so. Ja, das hab ich gesehen. Deswegen, ich hab dann einfach gesagt, Goro hat den K hingeschrieben. Und hab dann auf Kundra angeschossen. Aber ich hatte keine Waffe, als ich da weggieb. Ja, das hab ich auch nochmal geprüft. Wieso hast du denn Goro gesagt? Ich hab nie gemacht. Ja, das hört sich nach Goro anfühlig. Was ist mit dem Ding eigentlich jetzt mit dem... Alter, für dich hört sich nicht alles an. Boah. Hey, was soll das? Oh nein. Weißt du, was jetzt kommt, Leute? Hast du die Taube oder was? Im Flugzeug. Oh nein. Wow, ich bin immer fett durch Flugzeug. Boah, ein Feuerlöscher. Geil. Oh. 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 Wo ist Nefi? Wo ist Nefi? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er jetzt oben, ne? Ah. Mein Darm hat's. Oh. Mich hat dann angeschossen. Kann das sein? Du hast auf... Du hast Nils die Nefi geschlagen. Aber Nils? Ist Nils auch da? Du, Alter. Nils. Oh nein. Wir haben ihn in den Stuhl gepresst. So nicht, Leute. So nicht. Ich bin so böse. Die Tür ist auf. Geht weg von der Tür. Ja. Also sie ist aktiviert. Sie ist noch nicht offen. Welche Tür? Wer kam hier entgegen? Die ist aufgemacht. Entgegen kam da TauTau. TauTau. Oh nein. Dalu ist es TauTau. Da sind Leute drauf. Dalu ist es TauTau. Hey, 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 hey. Ich muss erstmal sterben. Auf Wiedersehen. Schöne Welt. Es ist TauTau. Ach nee. Dann ist es Kondran. Oder? Keiner schießt. Kein. Ruhig. Ja. Oh. Und Shigo. Vor allem Shigo entschießt den Inno, der auf den TauTau geschossen hat. Ist geil. Aber Shigo war doch Traitor, oder nicht? Ja, natürlich. Achso. Ich habe gerade beide gekillt. Wollt gerade sagen. Hitshot. Nee, nee. Ich dachte, Shigo wäre Inno, ey. Nee, nee. Die Shigo ist schon mal süß. Der hat die Tür auch gemacht, Shigo, ne? Nee, ich glaube, TauTau hat die Tür aufgemacht, oder? Das war ich. Ja. Der Ösi wieder. Ein krasser Mo von Shigo gewesen, ey. Ja, absolut. Worum geht's? Ja, ihr hättet mich früher töten sollen, ey. Ja, hätten wir... 2 Trader reichen da meist nicht. Oh Mann, ey. Auf die Tür wischte Tür. Ja, aber ich gehe immer links an der Tür vorbei. Oro ist es. Ich habe die Sachen wieder deaktiviert. Ja, aber ich spring da rum, dann geht das nicht. Ich wollte sie aktivieren, Grants. Wo bist du? Komm, Grants. Lass uns battlen. Das könnte Shigo sein. Wo ist die Mikrowelle? Lächerlich, Goro. Wollen wir Shigo mit der Granate anfassen? Was? Was? Das wäre unfair. Ey. 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 Stopp. Ey. 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 Wer hat das gerade aktiviert von euch beiden? Ich? 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 Okay. Ey. 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 Da kommen die denn her, ey ey. die waren auf einmal hinter euch explodiert. An oder stellt doch gleich ein Schild auf, dass ihr es seid. Warum runterst du eigentlich? Weil du mit Tau Tau da rumgesch habens. Weil du mit Tau Tau war gekett, dass du auch mich geschossen hast. Ach du mit Tau Tau? Ich hab auch ... Ja. Dann war es zu spät. Ey. Jetzt sagen wir, es hat fast jeder gesehen. Ja mit Goro war es dann, ist das immer sehr unglaubwürdig. Was? Oh, irgendjemand kämpft hier im Spawner. Ey Monster, willst du doch mal stehen? Du solltest wissen, dass ich sooo... Ich will mich rächen. Ehrlich bin. Lass mich... Oh! Es ist Tautau. Es ist wieder Tautau. Tautau und Kunran. Ja, Tautau hat hier das Eigentum beschädigt. Er hat hier alles voll gesprayt. Ich will auch was zum Werfen kommen. Rain, pump it up. Pump it up. Oh, hier! Boah! Pump it up. Ich kauf grad ein, was soll die Scheiße. Den stell dich doch da drauf. Was für ne Granada. Ey, hinter dir ist es. Tautau ist es. Er hat das Ding aktiviert. Lauf. Jetzt ist meine Handtasche weg. Es ist Boxstar, aber ich bin hier im Nebenzimmer. Handtasche. Ich schieß nicht. Oh Gott. Ich hab auch meine Handtasche. Mom, get the camera. Ich hab die Kamera. Ich hab die Kamera. Ah! Ah! Krampf! Krampf! Ey, Goro, du hast mich gehauen. Ne, war ich nicht. Ey, ich bin gleich tot. Wer macht das? Dalu hat mich gehauen. Was? Ich hab dich nicht gehauen. Es ist ein 50 nur noch. Tschüssi Leute. Hä? Ey, er hat wirklich geschossen. Der Detective hat gesagt, ich soll dich töten. Jetzt töte ich Goro. Ey, ich bin Detective. Das was? Ja, ist mir doch egal. Du hast ja auch mich gehauen. Wenn du innocent bist, dann verlierst du das Spiel. Ja und du auch, wenn du mich haust einfach. Ich hab dich nicht gehauen. Wieso hab ich nur noch 58? Es ist Nefi. Es ist Nefi. Ich hab gedacht, Tautor, du hast nach unten geschossen. Weil unten ist ja einer gestorben und du standst also mit der Tür. Nee, Shigo wurde von ihrem Kollegen gekillt. Ja, weil sie, da war alles zu. Es sah am Weg nicht zuhause. Da musst du mal angucken. Check the takes. Ja, aber ich darf ja nicht zugeben, dass ich jetzt ein Indoor umgebracht habe. Quatsch. Dann verdächtigen mich die Leute. Oh mein Kackblume. Mein Kackblume. Mein Kackblume. Oh Nephias. Toll gemacht, weil ich versaut. Oh Nephias. Du bist der schlimmste Trailer-Kollege. Ja, bin ich auch. Im Leben. Hat direkt die Mülltonne fallen. Hier bin ich sicher. Ok, Goro macht einfach weiter. Er ist es dann. Was heißt das denn? Ich fang gerade das an. Oh Gott, ich bin gesandwiched. Was soll die Scheiße? DPL. Ich häng fest. Banane. Scheiße. I need my banana gun. Was macht der Detective da? Schocken. Nee, nicht mal. Er darf das auch bitte? Ja, hallo. Ja, weil er da ewig steht. Vorsicht. Ich hab mir so ne Gun. Lauf. Die geht hoch. Hast du ja noch zwei gemacht? Turtle Gun. Da kam wirklich eine. Turtle Gun. Einen davon ist echt, glaube ich. Oh oh. Nicht schießen. Le Turtle Gun. Le Turtle Gun. Wer ist hier unten? Niemand. On the Run. Kannst du dich nicht hinter mich stellen. On the Run. Ey Goro ist es. Das bist du gewesen. Da. Da. Husch. Ab das Körbchen. Was? Na. Tau Tau. Das ist Dalu. Nefias. 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 Dann ist es Tau Tau. Tau Tau ist schon tot. Dann ist es Nefi. Tau Tau ist tot. Nefias machst du hier? Nefias. 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 hab ich gemacht du lebst doch noch der lümmel don't go without protection mein sonnenlicht jetzt wollte ich schon immer mein großes vorbild dafür bist du jetzt für mich da bin ich wie der echte bot du hast doch und dna genommen oder meine identität ja ja da saß er da so komisch hab auch mal einen bots da rumlaufen sehen grad im deadringer ich hätte schießen sollen grans habe ich dann kurzerhand damals in folge 800 da war noch gut 800 so viel haben wir noch gar nicht 2000 oder so schneide den 5 stellig grans schneide den runden au vorsicht bitte ja wieso wieso du hast nicht gefahren hey zannu ist es jetzt hör auf TORO wenn ich es wäre warum lebst er noch ja danke du hast gesehen dass er auf mich geschossen hat hey nefi wer hat hier grad wen getötet ja aber Goro hat zuerst auf mich geschossen ja warum confirmst du Goro nicht weil die leiche hinter der tür liegt und ich in der gefrierkammer steck ich dachte wir gucken was hier los ist ich häng in der gefrierkammer kann jetzt einer mal die leiche confirm ich glaube er ist Traitor nefiast ja ich lebe noch hallo der botzer hinter dir her war hmmm interessant lebt noch einer oben ja ist es Dalu könnt ihr bitte die leiche von Goro confirm ich denk du bist in der tiefkühlkammer ja bin ich hmmm Gauner ich bin confirm doch oh shit da wurde einer erstochen ne und ich häng immer noch in der Kammer fest ah er ist an der tot jetzt aber ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich oh Gott ja der andere da confirm den anderen ja es ist Tau Tau Gott sei Dank hallo fuck you hier unten ist ein Traitor tot ich hab Traitor gekillt du das ist tot äh ihr beide könnt euch duellieren oder wer Dune irgendeiner muss noch leben Grenz ja da ist irgendeinem boden drin dune grand kann euch duellieren der warum sagt Grenz da eigentlich nichts ist du er lebt noch Ja, das weiß ich. Ich habe ihn eben gesehen. Nicht Grundrang. Warum denn nicht? Reicht dein Karma. Ach man ey. Der typische Dalu und er fällt runter. Er hat ja weiter geschossen. Ja, aber er hat sonst getötet. Ich habe Gramps getötet durch die Scheibe. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte auch, er hat mich abgeknallt. Von hier habe ich ihn erschossen. Ich habe es wieder genau gewonnen. Ich bin nicht runter, weil ich dann dachte, dann gehe ich da drauf. Ja, er ging die ganze Zeit in der Kühlkammer. Ja, eben. Aber er hat trotzdem noch ein paar Leute erschossen. Schigo stand dann so, dass er durch die Scheibe schießen konnte. Schigo hat, glaube ich, Cranes erschossen. Nein, ich habe Schigo erschossen. Auch durch die Scheibe. Ich habe drei Kills durch die Scheibe geholt. Ja, Lady. Und Goro. Keiner glaub dir. Ich dachte, tauscht aber dann. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Einfach dich abgeworfen. Mit einer Mac-10. Nicht mal getötet. Ich war mir hundertprozentig sicher. Aber es macht wieder keiner was. Glaub ich. Was? Als Traitor kannst du die Tür kaputt machen. Dann kann die keiner... Sekunden dran. Es kriegt auch keiner wieder mit, dass ich tot war. Ich wollte ja, dass die Leute deine Leiche confirm. Das hätten die auch ruhig gedurft. Aber das macht dann wieder keiner. Nicht mal Botzer, weißt du. Ja, Nefias wird einem da auch abgestochen. Aber alle glauben da, du will da, ey. Musst du die Geschichten so verkaufen? Warum ist Botzer denn jetzt schon Toro? Ich sponj hier ass. Was es hier alles gibt, das ist der Wahnsinn. Ah, Goro, du hast dir vier Schaden gemacht. Okay, ich kenne ihn ab. Goro ist reizend im Abschuss. Oh, oh, hat er gesagt! Oh, Goro schießt den! Der hat's geschossen! Der hat's geschossen! Der hat's geschossen! Ich bin fast tot! Warum schießt den da? Goro, Goro! Goro oder Traitor? Goro oder Traitor? Goro oder Traitor? Goro ist hier passiert? Goro ist hier gestoppt! Goro oder Goro dabei? Goro! 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 Ja, ja, zau... Warte mal, Goro? Goro? Was ist... Oh, war klar, dass Goro es nicht scharf gegen eine Pistole! Ja! Ich hab' mich gekriegt! Nein, Chigo hat mich gekillt! Ja! Goro, ich war zum Abschuss, Goro eskalier! Ja, und dabei war's nicht mal der Random-Greider! Oh, das war... Keiner hätte auf dich geschossen, ey! Nee, echt! Keiner hätte geschossen! Ja, ich war hinter dir her, na und? Du bist doch der Erste, der schießt... Und er ist Karin jetzt erstmal eiskalt, ey! Und dann kommt Glücklicher aus dem Seintengang und denkt sich... Ja, geil! Ja! Wenn drei sich streiten, freut sich die Dritte, ey! Absolut! Kommt von der Seite und Kondran auch! Ich glaub' ich hab' sogar auch Sawtau gekillt! Alles aus Versehen! Nee, das war Kondran! Nee, ich glaub' ich hab' aus Versehen nicht! Goro, du hast einfach wieder Garten gekriegt! Ja, aber hab' ich nichts gerissen für das Falschen! Sonst nicht mal die Falschen töten, in der Tat! Autsch! Au, wow! Nicht mal die Falschen, ey! Die Kondran die Arbeit erleichtert! Jetzt bin ich gleich tot, danke! Jetzt... Was erzählt hier wieder? Ich werde tot geblumt! Ich werde tot geblumt! Ich werde tot geblumt! Hilfe, 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 bitte! Lasst mich am Leben! Nee, hilf! Nee, hilf! Oh, scheiße, nein! Alles gut! Ich... Ich... Glaub' ich... Oh Gott! Mach' keinen Scheiß! Jetzt... Ah, ah, ah! Ah, no! Tau, Tau! Ist es Tau, Tau? Dann war Shigo! Ja, ich hab' Shigo! Was? Ich hab' Shigo! Ich hab' sie gekillt! Ich hab' sie gekillt! Ich will DNA! Ja, ich hab' auch' ne Degla! DNA! Wo ist der Detective? Bobster! Bobster! Nee! Oh, da oben ist einer gestorben! Oh, nein! Tau, da oben ist der Traitor! Okay! Oder bist du der Traitor? Nee, bin ich nicht! Du wärst jetzt krass schnell nach unten gekommen! Bist es da? Nee, ich bin's nicht! Warte, ich geh' hoch, okay? Ich zieh' doch nicht auf oben! Hier? Ich sag' doch, geh' weg! Ah, da oben! Pundra! Nein! Oh, nein! Und du willst'n Diegel-Kill gemacht haben, ey? Ich hab' den Diegel-Kill gemacht! Aber Shigo hast du nicht! Nee, Shigo wurde von Dado getötet! Oh, was? Ich hab' auch gleichzeitig drauf geschossen! Dado hat aber den Peel gekriegt! Viel zu langsam! Nee, der war schon lange... Die Laie lag schon! Da ist unten geschossen! Nee, 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 nee! Warum starte ich immer hier in der Ecke? Sonst krieg mir, du keine Waffe kriegst! Dann denk' mal drüber nach! Dann sind die guten Waffen über alle Welt! Musst du schneller dran! Ja, ich hab' den Huge gekriegt! Juhu! Oh Gott! Juhu! Wärst du'n Traitor, Goro! Die Discos am Anfang immer sind zu! Das ist nur auf dem Airbus, ey! Verdammt nochmal! Nur auf dem guten Airbus! Aber wenn AGP dabei ist, sind das keine Discos? Jetzt kommt's doch nicht! Ey! Scheißblume! Ey, ey, mach' keinen Scheiß! Mach' keinen Scheiß! Mach' keinen Scheiß! Die Tür da mal wieder aus, ey! Hey! Wer ist denn hier hinter mir noch? Ich weiß nicht, wer hinter mir ist! Ich hab' euch weggekämmt! Ah, brav! Goro, es ist Goro! Es ist Nefias, es ist Nefias, Leute! Goro oder Nefi? Ganz am Steinraum! Tau, Tau! Ich bin hinten! Ja, aber warum ist hier keiner mehr? Dann ist es Goro! Goro jetzt! Da duellieren sie sich! Goro und Dalu! Was? Ich hab' Bopfen! Lebst du noch? Aha! Effective ist draußen! Ja, ich geh'n da hin! Den stech' ich ab! Komm! Komm! Ah! Alter! Das wär' geil! Das wär' geil! Das wär' so geil! Oh Scheiße! Meine Leiche Back tötet ihn schnell! Ich... Okay! Alles gut! Alles ist gut! Er schafft es! Er schafft es! Ich glaub' da ist ne Wand! Ich glaub' da kommst du nicht mehr hoch! Du schaff' das nicht mehr! Nee! Abgestürzt! Abgestürzt! Die Leiche hat rumgebackt! Ja! Aber damit ist das Spiel vorbei! Das war's! Haut rein Leute! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!